Ja, nach langer Zeit war wieder ein Stück auf der Drehorgel, auch wenn kein Sonntag ist, trotzdem ein Sonntagskonzert. Ein etwas älteres Stück, viele kennen das, ich habe es einfach geliebt, als es rauskam. Es ist von Lenka, Everything at Once. Lasst euch überraschen, ich finde es sehr schön. Lenka hatte das für ihre Tochter komponiert und ich finde es hat einen sehr schönen Text übrigens auch. Ich finde es sehr schön. 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 Musik Ja, auf diesem Wege auch nochmal meinen herzlichen Dank an Ingmar Krause, der hat das arrangiert und Christian Wittmann hat es mir gestanden. Vielen Dank euch beiden.